Hallo und willkommen zu Deck by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele den Ritter. Ja und ich spiele mit den Perks korrupte Inventionen, Überwachung, Geißelhacken, Schmerzensecho und Stromstoß. Spannungsstoß heißt der jetzt. Mal schauen wie wir uns schlagen werden. Ich spiele mit zwei Addons. Einmal habe ich mit dabei, dass die Wachen einen größeren Aufspürradius haben. Schöner Antäuscher. Und außerdem habe ich jetzt mit dabei, weil ich es mal testen wollte, gut gemacht. Außerdem habe ich mit dabei, dass meine Wachen acht Sekunden länger patrouillieren. Und dieses Addons ist schon echt tricky, weil die sind dann halt acht Sekunden länger auf Patrouille. Und wenn die halt niemanden finden, sind das halt zusätzliche acht Sekunden, in denen die Wachen nichts machen. Habe ich dich. Okay. So. Dort eine Wache hin. Und du kommst mit. So. Auf die Schulter. Tin wird auch schon wieder weitergearbeitet. Hep. Okay. Die würde gerne... Ach, verdammt. Ah, die ist keine gute Wache gewesen. Ich wollte halt gerne... ...hier runter nochmal schauen lassen. So, ich trete gegen. Ich sehe niemanden. Da wurde schon gerettet. Gut. Okay. Okay. Er wieder mit Sprintboost. Das hat sie gerade echt verhauen. Okay. Wer hat dich? Okay. Das hat sie gerade echt verhauen. Ich werde jetzt mal schauen, ob das funktioniert. Ich würde sie jetzt hier an den Haken hängen. Dann gehe ich hierher und lasse meinen Scharfrichter, äh, meinen Kerkermeister hier patrouillieren. Der patrouilliert normalerweise 24 Sekunden. Jetzt nochmal 8 Sekunden länger. Der patrouilliert halt ewig. Und wenn die retten, äh, startet die Jagd, weil die ein lautes Geräusch machen. Aber keine Ahnung. Ja, hat geklappt. Und die eine wird dort gerade verfolgt. Das war der Plan. Ich meine, die hat die Wache jetzt gut ausgelaufen. Aber so kriegt man nach einer Hakenrettung direkt eine Wachenjagd rein. Nach dem Retter. Okay. Down. So, Stromstoß verrät mir. Sie haben allen möglichen Ecken und Enden repariert. So. Na, komm her. Das Problem ist, an diesem Addon, ne, die patrouilliert halt jetzt 8 Sekunden länger, diese Wache. Das heißt, ich habe jetzt 8 Sekunden länger keine Kraft, wenn die niemanden findet. So, ich schicke nach da nochmal eine Wache. Das ging hier in der Mitte runter. Ja, der hat garantiert niemanden gefunden, oder? Hallo, Jake. Dadurch, dass er eine Palette umgeworfen hat, hat die Wache ihn aufgespürt. Hallo, Jake. Down mit dir. Stromstoß setzt zum Glück die Jens zurück. Dank Überwachung sehe ich die dann auch schön. Du kommst hier unten an den Haken. Hep. Oh, und es hat wieder den Jan hier getroffen. Und der dort hinten hatte gelb geleuchtet, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich lasse meine Wache gegentreten. Und würde dann nach hier unten gehen. Und hier den Kerkermeister wieder hinsetzen, dass der extrem lange patrouilliert. Das heißt, wenn jemand rettet, dann macht es ein lautes Geräusch. Und die Wache, die reagiert auf laute Geräusche und auf Sichtkontakt. Und die Wache ist direkt in der Jagd drin. Mein Problem ist halt, ne, da ist jetzt direkt wieder die Jagd. Das Problem ist natürlich, dass der Kerkermeister extrem lange braucht, um jemanden zu schnappen. Und dass der halt insgesamt kein guter Wächter ist. Hat sie trotzdem verwundet, die Sarina da unten? Das hat also geklappt. So, aber die Sarina konnte jetzt zumindest den Jagd nicht heilen. War alles ein bisschen schwieriger für die. So. So. Ich weiß nicht, ob du einen Entscheidungsschlag hast. So. Hast du nicht? Gut. Und du bist tot. Dich mache ich kaputt. Dann gehe ich auf die anderen. Ja, es ist blöd, dass ich jetzt wieder auf Jagd gegangen bin, aber... Ihn habe ich halt leider jetzt gefunden. So. Hallo, Sarina. Okay. Okay. Ja, dieses Addon ist halt nicht gut. Down mit dir. Dass die Wachen länger patrouillieren. Wieso? Das bringt halt jetzt nicht so viel. Aber ich wollte es mal spielen. Um zu schauen, um das halt mal mit dem Haken auszuprobieren. Weil dafür kannst du es so ein bisschen nutzen. Aber auf der anderen Seite hast du dann halt auch eine halbe Ewigkeit lang keine Kraft mehr. Weil deine Kraft vielleicht an einem Haken sitzt. Und versucht, den Haken zu verteidigen. Ich weiß, dass hier unten niemand war. Wenn diese Wache jetzt niemanden findet, ist die halt jetzt zusätzlich 8 Sekunden lang länger dort. Und ich bin halt länger ohne Kraft und einfach nur ein Linkskickkiller. Dasselbe ist mir schön vor die Füße gelaufen. Einmal. Das hat trotzdem noch gezählt. Okay. 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 Das war schon cool. Das muss ich sagen, das war nice gerade. Hätte nicht gedacht, dass das so klappt. Schade. Hepp. Jetzt werde ich wieder hierher gehen. Hier die Wache hinsetzen. Die Überlebenden, um das auszukontoren, müssten halt die Überlebenden nach dort hinten gehen, eine Wachenjagd starten und dann erst retten gehen. So, weil ansonsten... Funktioniert das nicht. Sarina muss jetzt gehen. Es klappt halt auch nur mit dem Kerkermeister so gut, da der halt so lange patrouilliert. Okay. Ne, seht ihr, jetzt habe ich halt nicht die nächste Wache. So, muss das alles händisch machen. Jetzt die Wache dort auch weg mit Patrouillieren. Jetzt kommt Sarina. Na, Säbel. Haben wir's. Down mit dir. Du kommst mit. So, und... Dort dann den Haken. Die anderen werden sich wahrscheinlich dort erstmal heilen. Keine Ahnung, Hepp. So, wir haben jetzt zwei Gens, die hier beide sind und recht nah beieinander sind. Und... Hier sind Rennspuren? Ich habe keine Ahnung, wo die Überlebenden sind. Vielleicht mache ich das hier. Na, so. Das ist im Hakenkreis, der Haken. Das heißt, die Wache müsste triggern. Aber der Jagd, der patrouilliert halt an sich halt generell nur zwölf Sekunden, glaube ich. Damit jetzt zwanzig. Heißt, ich denke nicht, dass der jemanden dort aufspüren wird. Hat er doch. Okay. So, die Sarina wurde verwundet. Also ich bin ganz ehrlich. Ich dachte, das ist total der Murks, den ich hier mache. Und das wird niemals funktionieren. Das Addon ist richtig grottig. Ist es auch. Aber für dieses Hakenspielchen ist es schon irgendwie ganz witzig. Die Überlebenden retten. Aber die könnten das halt einfach konnten, indem sie halt nur mit Jagd vorher starten. Aber gut, das wissen die vielleicht auch nicht. Weil der Ritter ist gefühlt so ein Killer. Der ist ein Mysterium für viele Leute. So. Hap. Okay, da brauche ich das gar nicht machen. Ich meine, die könnten einfach die Wache zur Wache laufen, Wachenjagd starten, dann die Hakenrettung machen und die Wache verschwindet, sobald du den Haken anfasst. Hier lasse ich kurz gegentreten. Okay, die anderen beiden Sables haben sich geheilt oder heilen sich. Die gehen alle noch zurück. Keine Ahnung, wo die sind. Wurde hinten. So. Perfekt. Gefunden. Der Kerkermeister ist halt recht langsam. Der wird wahrscheinlich keinen Schlag reinbekommen. So. Aber das Schöne ist, nach dem Kerkermeister kommt immer der Scharfrichter. Ach komm schon, hier muss irgendwo ein kleiner Fitzel sein, wo ich immer gegenpralle. Man braucht halt immer einen Platz vor sich frei, bevor man eine Wache beschwören kann. Habe ich dich. So. Gab es eigentlich eine Opfergabe für die Falltür? Nein, nur Blutpunkte. Du kommst hier an den Haken. So. Keine Ahnung, wo die andere ist. Du bist tot. Okay, gut. Ich könnte meine Wache jetzt irgendwo zur Patrouille schicken. Die wird halt jetzt eine halbe Ewigkeit dort patrouillieren, aber vielleicht brauche ich sie gerade eh nicht. So, also wie gesagt, für solche Hakenspielchen ist das ganz witzig, aber dort hinten habe ich sie gesehen. Ansonsten ist das halt eher Morx. Hallo. Na gut, mach auf. Das ist jetzt mein Item, ja. So, ich platziere... Nein, nee, kann ich nicht. Hier sind zu viele Wände, ne? Sobald man hier nur eine Wand so ein bisschen vor sich hat, seht ihr das? Hier kann ich eine Wache rufen, hier nicht mehr. Und das ist halt hier extrem hakelig. So, der patrouilliert dort. Und der wird nur getriggert, wenn der jemanden sieht oder ein lautes Geräusch passiert. Halt wie bei einer Hakenrettung. Deshalb hatte das so ein bisschen funktioniert, aber wie gesagt, der Kerkermeister jagt auch nur zwölf Sekunden. Muss dann halt... Jagt jetzt auch nicht so schnell. Heißt, das ist nicht unbedingt die beste Strategie, die man machen kann. Aber das ist halt eine, die man machen kann, wenn man so einen Redan hat. Und ja, lass die Finger von diesem zerfetzten Wappenrock, der ist halt echt morx. Naja, gut game. Trotzdem ein bisschen witzig war es. Aber Jake, ja, der war mir, ist mir dann halt wieder vor die Flinte gelaufen. Der hat halt sehr gut gespielt in der ersten Jagd. Der hat halt, wenn du Paletten umwirfst und in der Wachenjagd bist, geht die Wache andersrum. Das ist halt echt stark gemacht von ihm, dass er das auch wusste und eingesetzt hat. Die anderen waren ein bisschen, naja, die sind durch diesen Haken-Trick so ein bisschen gescheitert. Naja, trotzdem. Schöne Runde, ich hoffe, euch hat es dir gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020